Na guck mal da, Nachwuchs im Elefantengehege. Und das gleich viermal, ohne menschliche Hilfe. Eine kleine Sensation. So, ist ein feiner Junge. Jawoll, guck mal, passiert gar nichts. Fast einen Meter, 99 cm. Elefant, Tiger und Co. Spezial. Elefantenherde in anderen Umständen. Jetzt streamen in der ARD Mediathek. ARD Mediathek